Ich habe mich einfach ins kalte Wasser gestürzt und wartete ab, was auf mich kommt. Einfach Dinge getan, so wie ein Kind quasi. Ich würde gerne so beschreiben wie fermentieren. Wenn ich was aufnehme, dann lasse ich erstmal ein bisschen sacken. Ich möchte nicht diesen Klang beschreiben, sondern ich möchte das transformieren zu einem Musikstück. Ich hatte schon so Momente, wo ich dachte, das ist jetzt einfach ein bisschen zu viel Büro und wenig Kunst. In der Schule hat man ja auch Mitschülerinnen und Mitschüler gesehen, die haben immer geprobt auf irgendwas hin. Man war dann ausgebildete Musikerin oder Musiker. Im Park ging das eigentlich sofort los, da hat man nicht geprobt, das war sofort gültig. Ja, also ich habe eigentlich nur Volksdanz trainiert in meiner Heimat, in Bulgarien. Wurde gedrillt, kann man sagen. Ja, also ich habe eigentlich nur Volksdanz trainiert in meiner Heimat.